hallo ihr lieben heute wird wieder batik gemacht wobei es kann ich schon vorwegnehmen es wird nicht das typische batik ergebnis sein da war ich aber ein bisschen selber dran schuld und ist jetzt nicht schlimm ich mag das ergebnis trotzdem sehr aber gut ich habe mir ein hoodie genommen der mal ursprünglich echt schön war auch mit batik und aber die farben natürlich über die zeit jetzt einfach ein bisschen weg gegangen sind ich habe den gefühl jede woche angehabt und durch das waschen geht natürlich auch die farbe weg also da kann man sich nichts vormachen diese farbe bleibt selbstverständlich jetzt nicht so für immer und dementsprechend habe ich dann einfach weil ich noch farben hatte habe ich mir dann eben welche genommen die ich jetzt einfach so hatte gelb rot grün und habe die mit meinen kleinen cake spritztönen gefüllt und also ich habe die einfach bei teddy da gab es solche flaschen in der backabteilung und die sind für mich optimal was das jetzt von der technik her angeht super und habe dann also dementsprechend so wie das typische batik ich habe es einfach so gemacht wie bisher immer die schönsten ergebnisse gekommen sind mit den kleinen zipfel und mit dem normalen haushalts gummi dann da verzipfelt klingt jetzt merkwürdig aber ihr seht was ich mache also dementsprechend überhaupt relativ sehr einfach ist auch für kinder ganz gut gemacht ich glaube die straffheit der haushalts gummis müsste dann von den eltern wahrscheinlich noch mal nachgezogen werden aber ansonsten ist das eine ganz einfache sache die man auch richtig super mit kleinen kindern machen kann und gerade dann auch später die farbe einfach sich wirklich schön macht wie gesagt auch mit kindern unbedingt aber auch da immer darauf achten bitte handschuhe nehmen sonst habt ihr bunte finger ich hatte jetzt selbst als ich handschuhe mit an hatte habe ich dann irgendwann doch irgendwie versehentlich schon die handschuhe ausgehabt und habe noch irgendwas angefasst hatte dann doch bunte finger aber jetzt nicht so extrem als wenn ich jetzt gar keine angehabt hätte also das ist ein wichtiger punkt wer keine bunten finger möchte nehmt diesen rad an und macht dann einfach so ein bisschen schützen mit handschuhen da gibt es ja genügend handschuhe gibt es ja immer handel und da gibt es auch keine bestimmten vorgaben und die farben die ich habe sind von simply cool die haben auch so ein fixier salz mit bei das heißt das hat sich auch ganz gut gemacht damit also ich habe bisher immer nur schöne ergebnisse mit den farben erzählt und diesmal sind die ergebnisse aber meiner schuld zuzuweisen ich wie gesagt ich mag das ergebnis trotzdem aber ich habe einfach ein riesen fehler gemacht der leider so ist wie er ist ich bin einfach manchmal sehr ungeduldig und ärgere mich dann im nachhinein dass ich es vielleicht hätte anders machen sollen und aber gut das ist jetzt so ich werde beim nächsten mal anders machen ich werde auch wieder machen weil ich das einfach eine schöne art finde und wie gesagt die hoodies ich liebe die hoodies ja sehr also generell hoodies sind für mich so wichtig und dann gibt es einfach auch noch die die ich schon mit batik verschönert habe da gibt es auch zwei videos glaube ich schon zu hoodies und dann habe ich auch noch mal was anderes mit batik verschönert und dadurch da relativ entspannt und ich mache es halt immer wieder gern und wie gesagt hoodies sind glaube ich das was man glaube ich immer nie genug haben kann einfach falls eine wunderschöne art ist sich ein bisschen mummeliger anzuziehen ich mag ja auch sehr ich habe von einer youtuberin kalli kassi noch den einen hoodie ich hoffe der wird nie kaputt gehen weil ich den nicht mehr nach bekommen dann ich überlege immer schon die ganze zeit ob ich mir den noch mal bestelle ich weiß gar nicht ob es die größe noch gibt weil der shop macht nämlich am 30 zu am 30 9 24 und sie machen dann später etwas neues ich habe leider das andere datum nicht im hinterkopf also dementsprechend ist es für mich leider sehr sehr schade weil ich den hoodie wirklich so schön finde und da steht so die aber klappt drauf in grau und grün und ich mag das sehr und der ist auch so leicht kuschelig innen drin und ja dementsprechend ich bin dem hoodie verfallen und freue mich da eigentlich immer wenn ich den jetzt an auch wieder anziehen kann ich liebe es ja also der sommer war nicht meins muss ich dazu sagen es ist einfach für mich unglaublich anstrengend gewesen die ganze wärme aber jetzt ist der sommer denke ich so gut wie vorbei bzw es kommen jetzt eigentlich nur temperaturen die mir entgegen spielen ja ich sag mal minus zehn grad oder so sind jetzt auch nicht so das schönste aber mir ist zum beispiel der regen halt meistens egal da gibt es eine kaputte und dann passt das schon und dadurch ist für mich der herbst der winter der frühling einfach echt schön glatteis übrigens brauche ich auch nicht und aber das ist dann auch schon das einzige was mich da jetzt einschränkt ansonsten freue ich mich einfach dass es jetzt wieder so schöne angenehme temperaturen sind und ich vielleicht auch ein bisschen besser vielleicht wieder zum sport dazu komme und ja hier ich knuffel da noch so ein bisschen vor mich hin geht aber sofort los ich habe ein bisschen von den haargummi action hier raus geschnitten ansonsten habe ich alles ein bisschen schneller gemacht und da geht es dann glaube ich relativ gut so sieht er auch schon viel viel kleiner aus und ja und dann geht es los dass ich die farben damit vorbereite dort steht in der regel kochendes wasser oder ähnliches ich mache es immer mit wasser aus dem normalen wasserhahn aber halt eben heiß ich lasse es moment laufen und dann funktioniert das für mich immer für meine verhältnisse sehr sehr gut und fülle auch schon so weit alles ein und mache auch dieses fixier salz mit drauf wie gesagt das würde ich so nicht weglassen einfach weil das schon ein bisschen die farbe halt auch hält und ja ich mache das auch immer mal daneben ich lasse das drinnen dann immer noch ein bisschen auflösen bevor ich dann das heiße wasser auch noch mit rein mache ist eben ich glaube die reihenfolge ist jetzt komplett wurscht man könnte jetzt auch das heiße wasser rein machen und danach erst alles da rein machen aber ich glaube das vollkommen in ordnung wenn man das so macht und da ganz entspannt dran geht wie gesagt alles ohne druck da gibt es auch sein kein zeitdruck zum glück was ja bei anderen techniken immer ein bisschen schwieriger ist der zeitdruck der macht es schon viel aus manchmal wenn man dann irgendwie so hektisch wird es gibt zum beispiel eine bastelart was ich schon eine weile her das nennt sich rapido das ist auch ein harz und das härtet aber innerhalb von einer minute oder so hätte das aus das heißt man muss sofort alles zusammenrühren die farben drin haben und allem drum und dran und dann den richtigen timing haben damit das ganze dann funktioniert ich guck mal ob ich euch das video mal verlinke ich mag das ergebnis sehr ich habe ja so eine tasse gemacht wo ich jeweils von beiden seiten dann so ein rapido rein mache und dann bleibt das ganze mittendrin einfach stehen ich hoffe ihr wisst ungefähr was ich meine und dann wie gesagt das ergebnis ist mega ich liebts und freue mich da ich habe auch beim ersten versuch dieses timing nicht gehabt und aber jetzt ungefähr glaube ich habe ich ein ungefähres gefühl dafür und würde das jetzt wieder besser machen und aber es halt auch kein günstiger spaß den man dann da hat und das ist einfach trotzdem schön und vielleicht kommt mir wieder so die spontane idee was ich mit dem rapido dann machen kann aber hier habt da übrigens gerade gesehen ich habe mich bekleckert und habe dann daraus gelernt und ziehe selbstverständlich die handschuhe also mir passiert auch auf wenn ich es eigentlich weiß aber irgendwie man ist ja beim basteln so einfach machen und dann ist das einfach blöd aus gehört mit dazu dann hat man halt eben bunte finger und wie gesagt ich habe es schon mehrmals einfach gemacht und es war immer wieder irgendwie dass das halt ein bisschen bunt wurde habe es mit allen möglichen bastel techniken schon gehabt also dadurch ist das dann halt einfach so dadurch da ich am wochenende immer basteln funktioniert das meistens dass es am montag meistens mehr oder weniger wieder weg ist und außer natürlich ich glaube dieses phänomen kennt glaube ich auch jeder wenn jemand die drucker patronen wechselt diese farbe geht gefühlt jahrelang nicht ab obwohl man so vorsichtig diese wechselt irgendwie kommt man meistens doch irgendwo ran und dann ist das leider blöd ja und dann fange ich einfach an das ganze drüber zu spritzen hier passiert mir dann letztendlich auch der fehler ich habe vereinzelt einfach zu viel drauf gemacht dadurch kam dieser effekt jetzt nicht ganz so viel drüber also nehmt von dem was ich zeige vielleicht die hälfte dann kommen da glaube ich die ergebnisse auch besser man auch mehr wirklich einfach über die gummies halt schütten wie gesagt es ist einfach ich habe mich rückwirkend habe ich mich ein bisschen geärgert aber kennt ihr das wenn man irgendwie was noch an material übrig hat und das dann irgendwie nicht weiß und einem denkt zum wegschmeißen das ist jetzt irgendwie auch zu schade und so ist es mir da auch gegangen und dann habe ich einfach schlichtweg einfach rüber gegossen und das war halt so ein bisschen ärgerlich und das hat so ein bisschen das ergebnis verfälscht weil es eben nicht so dieses typische batik gekommen ist aber ich finde es trotzdem einfach weil es so schön bunt ist und wie gesagt das ergebnis zeige ich euch gleich noch selbstverständlich wie immer und ich kann schon vorweg nämlich spüle dass dann ich habe glaube ich diesmal drei oder vier stunden das ganze einwirken lassen und habe das ganze dann ausgespült da sind die gummies noch drin geblieben nachdem ich es ausgespült habe und das wasser also ich habe es in der wanne ausgespült und das wasser ziemlich klar dann auch schon geworden ist habe ich dann die gummies rausgenommen und danach habe ich dann das ganze in der waschmaschine eine ganz kurze wäsche eigentlich bloß eine 20 minuten wäsche einmal durchlaufen lassen damit zumindest alles schon mal draußen ist und das ergebnis damit auch zu sehen ist und dementsprechend habe ich es dann selbstverständlich trocknen lassen und das ganze dann noch mal jetzt für mir die worte genau das ganze habe ich dann wirklich trocknen lassen und habe dann einfach ganz entspannt dann das ganze immer angezogen hier habe ich mich übrigens und auch das war ein kleiner fehler ich habe dann nämlich noch eine farbe dazu genommen weil ich das gefühl hatte dass es einfach zu dunkel geworden ist und es ist einfach zu viel farbe gewesen ärgerlicherweise ich finde es so so ärgerlich aber wie gesagt der hoodie der war jetzt auch schon der hat seine jahre ja gehabt schon ich habe es ja schon vor einer weile mal gemacht und dadurch ist das auch vollkommen okay und aber ich dachte mir nicht zum wegschmeißen ist er wirklich noch zu schade den kann man noch mal aufpeppen und deswegen dafür ist der wirklich gut geworden der hat ja nun mal schon mal eine färbung durch und da darf man das dann auch und wie gesagt mir war dann einfach so dass ich das gelb irgendwie als aufheller noch mal mit reinnehmen wollte und aber wie gesagt es war einfach ein bisschen viel farbe und genau wie gesagt ausspülen in der wanne die gummies noch drin lassen dann die gummies rausnehmen und in der waschmaschine einfach eine kurze wäsche durchmachen man kann es auch richtig waschen aber ich wollte es ja relativ schnell einfach auch sehen wie es funktioniert also wie das ergebnis nach dem waschen dann aussieht deswegen war das vollkommen in ordnung mit dieser kurzwäsche weil er war ja nicht schmutzig er war ja schon gewaschen und genau und dann konnte ich dem nach dem trocknen dann gleich mal anziehen und das ergebnis seht ihr gleich ich packe das übrigens immer in so einem müllbeutel damit einfach die wanne nicht so schmutzig wird den müllbeutel kann man ja trotzdem noch mal benutzen und sein müll reinpacken ich deswegen finde ich müllbeutel aktuell als beste bastelunterlage schlechthin so und hier haben wir dann das ergebnis und ihr seht schon und genau ihr seht es ist einfach schön bunt und ich liebe trotzdem das ergebnis sehr und ich bin gespannt wie ihr es findet und also man muss es nicht unbedingt im batik style machen man kann sich einfach auch komplett kreativ mit klecksen austoben also alleine deswegen wollte ich euch zumindest zeigen es ist kein richtiger batik aber ich liebe es trotzdem sehr und ich ziehe den unglaublich gerne an und ja ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei und ich weiß noch nicht ob ich eine pause einlegen muss ich gerade noch schauen ich weiß das sage ich immer wieder mal und entscheide mich dann doch für euch nämlich dass ich ein video mache und ja dementsprechend hoffe ich dass wir uns egal wann beim nächsten mal wieder sehen bis dann tschüss